Hat für keinen hier Platz in seinem Arsch Wieso machen kleine Hunde jetzt auf Rockefeller? Mit ihrem Autotune gejaule aus dem Hobbykeller Mois macht auf wichtig und im Internet auf hart Aber fotzen so wie dich, das ich hier nur zum Spaß nutze Dein Gejaule wie Sirenen bei nem Krankenwagen Ich piss von oben auf dein Kopf und du musst danke sagen Diese Schlangen wissen nicht, ich hab nen langen Atem Und wenn ich einmal starte, können sie dann lang nicht schlafen Yeah, Mafia-Kontakte so wie Maradona Es geht wie der Back-to-Bad-Boy Sarah Connor Er ist guter Junge, fickt ein Karnevalsverein Ich tauche ab und schaue erst am Vatertag vorbei Schwarze Augen sagen, deine Meute wird gebankt Jede kleine Fotze redet heute in dem Slang Ihr macht alle jetzt auf Bonze, doch seid immer noch auf Hartz IV Ich mache, dass der Regen schwarz wird, yeah Tote Fische schwimmen oben, denn das Wasser hier ist schwarz Ich sage, was ich denke und sie hassen meine Art Irgendwelche Hufensöhne machen jetzt auf Fahrt Aber Sony hat für keinen hier Platz in seinem Arsch Tote Fische schwimmen oben, denn das Wasser hier ist schwarz Ich sage, was ich denke und sie hassen meine Art Irgendwelche Hufensöhne machen jetzt auf Fahrt Aber Sony hat für keinen hier Platz in seinem Arsch Ich bin nicht gekommen, um irgendwem die Hand zu geben Sondern nur um ein paar Pisser durch die Wand zu treten Welche Schampe redet immer noch von Beef? Yo, Oli wurde mit paar Minderjährigen in Teamnutte Diese Hampelmänner machen mir auf Fante Stämmer Wie Charkoza, dieser jämmerliche Aiki-Penner Was für Suchen und Zerstören, kleiner Streber Deine Sucht zerstörte allerhöchstens deine Leber Heavy Metal Raver, immer noch ein Star Eine Frage, wo ist diese Rampensauberhaar, yeah Zu viele Hunde, Mann, ich kann sie nicht mehr sehen Sag, was wollen diese ganzen Schnappen mir erzählen? Fick mal euren Schlager, Junge, ich bin euer Karma Mache, dass du flüchtest wie der Wendler vor den Steuerfahndern Du kleiner Penner, lebst am Ende nur von Hartz IV Ich mache, dass der Regen schwarz wird, yeah Tote Fische schwimmen oben, denn das Wasser hier ist schwarz Ich sage, was ich denke und sie hassen meine Art Irgendwelche Hurensöhne machen jetzt auf Fahrt Aber Sony hat für keinen hier Platz in seinem Arsch Tote Fische schwimmen oben, denn das Wasser hier ist schwarz Ich sage, was ich denke und sie hassen meine Art Irgendwelche Hurensöhne machen jetzt auf Fahrt Aber Sony hat für keinen hier Platz in seinem Arsch Ihr solltet euch aufwärmen! Der Einsatz geht bald los! Feinde landen im Einsatzgebiet! Der Einsatz geht bald los! feinde landen im einsatzgebiet das aufwärmen ist erledigt legen endlich los das gas meiden schnell in die sicherheitszone alle ziele im einsatzgebiet eliminieren feindliche drohne über uns achtung feindliches team verfolgt eine position ok 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 erste runde vorher die runde war richtig beschissen also das war könnten test streamen so 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 jetzt hoffen wir doch sehr sehr stark dass es besser wird alles voll schon oder was so 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 ich habe hier ein bisschen rumprobiert geld irgendwie hat es gefallen so im training weiß wenn ich also bevor das spiel anfängt mache ich die sicht weil das will ich so wissen eigentlich und am training damit die andere sicht border show partage frei ist das geil genieße sie genieße es richtig also mir kommt es vor als dass die zeit echt schneller vorbeigeht wenn man arbeitet wie wenn man urlaub hat dass der meinung bin ich echt das gefühl habe ich ohne ende das war nicht normal wie schnell die woche jetzt wieder umgegangen ist gut ich hatte euch so viel zu tun aber trotzdem unglaublich wer ist mit ein paar zielübungen der einsatz geht bald los der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel ja mann wenn man nichts tut also wenn man weiß man muss bald arbeiten gehen dann bangt man jeden der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel achten ja genau ich habe bis der overlay gemacht weil weißt du dieses wenn ich im training bin dann labere ich ja noch und dann ist ja auch gut so wenn man so ein overlay hat finde ich das sieht man hinten da bist du was abgebaut aber so richtig interessierend du bist ja kein mensch dachte mir komm versuchst du mal das rumprobiere bis die greenscreen wieder im einsatz das war genug vorgeplänkel jetzt wird das ernst es so dille so sieht ich wenigstens was von bilder das ist halt der vorteil bei greenscreen so sieht ich wenigstens was von bilder das ist halt der vorteil bei greenscreen alle ziele im einsatzgebiet eliminieren die waffel schicht scheiße ich glaube die schon ein bisschen besser also ich weiß nicht ob sie aufgeht aber nach einem update habe ich gemerkt dass es echt besser ist ich habe auch mehr frames leicht ist jetzt so brutal aber ich habe das gefühl das läuft alles ein bisschen stabiler gefühlt ah geil die waffel schul die waffel morghi die wird sich eh wieder verschieben hätte der kreis eigentlich kann ich schon die runde in die richtung laufen ja ich weiß ich hab's gemerkt schade eigentlich ich finde es nach wie vor geil geiler wie verdansk sorry aber muss ich sagen die karte einfach nur haben wir haben das geschafft man war so schlecht grad wie habe ich dann das geschafft bitte der eine million mal auf mich geschossen glück dass ich die waffe noch schön bekommen hat ohne witz soll das gehen ziemlich sicher dass es der kreis in die richtung geht meine fresse war es war scheiße schnell den knapp war hat nicht gereicht er da bringt auch zweck renn nix ich wusste dass da irgendeine drecksau rum ich finde es echt der hammer dass man mit der elgato cam und dem screen nicht viel machen muss einfach ein bisschen licht rein und fertig green screen perfekt das ist alles so aufeinander abgestimmt das ist echt der hammer gut wäre auch komisch wenn es nicht so wäre aber ich finde es bemerkenswert dass ich gar nichts machen musste also an einstellungen schalte sie aus oder nimm das ziel ein wieder mir rein gerannt ich da kann er also es 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 Vielen Dank. It's in the break. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir starten gleich den Einsatz. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Der Feind springt über dem Gebiet ab. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los! Das Gas meint! Schnell in die Sicherheitszone! Geldlieferung im Anflug! Fangt sie ab! Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren! Was? Er... Es war das! Was ist das? 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 Was ist das?